Das ist doch gut, das ist doch gut, das ist doch gut, das ist doch nicht tot. Das können wir auch bei GZSZ machen. Okay, los. Hans. Nein, 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 nein. Komm mal ein bisschen raus hier, hier kannst du ein bisschen raus hier. Ja, ja, ich komm hier. Dann werden wir jetzt raus und das ist gut drin. Ey Mädels, das steht voll im Rehen. Kannst du es doch? Ja, ja, ihr könnt. Stopp, stopp, guck, da war er nicht gelassen. Der macht ihn runter. Mach ihn runter. Dann halt ihn fester. Hey, Zweifel, wach. Ey, nehmt doch einer die Beine. Jetzt kann sie doch nicht am Bein nehmen, wenn ich den am Bein nehme. Ich kann doch die Beine nehmen. Das ist wirklich die Ketchup. Ey, entweder ihr nimmt mich so, dass ich unter den Armen... So meinst du? Nein, nein, nein. Oh Gott. Nein, das ist doch das hier ein Geil. Oh Gott. Ich hab... Ich hab... Ich bin zu... Ich hab Schmerzen. Ich hab Schmerzen. Nein, alles gut. Komm, lass doch machen. Für den Willen. Hans, kommt hin. Warte, was du dann? Dann dreht er sich um. Er fängt an zu rappen. Folo dreht sich mal um, versuch einfach und sing einfach den Text. Ich kann nicht rappen. Mach einfach. Als ich durch den Rallye gehe, Ignacio... ... und in the shadow of death, ich nehme ein Blick an meine... Das Problem ist, er muss das... Der Murat kann nicht selbst. Der muss doch ein Schmack. Doch. Wieso das? Der muss doch nur Mimik. Als ich durch den Rallye gehe, ich nehme ein Schmack. Er hat sich... Wie ist das ein Scheiß-Fügel? Der Ad. Wir machen das nochmal neu. Das war eigentlich... Okay, jetzt los Murat. Los? Ja, los! Nee, stopp! Nicht stopp! Lauf weiter! Doch! Nein! Mach einen Schwenk, Alter! Das sieht kacke aus! Wenn du da nur reingelaufen kommst! Das sieht nicht kacke aus! Du siehst kacke aus! Das sieht kacke aus! Wie war uns das kacke aus? Der Arsch der Arsch gebohrt! Aufnahme läuft! Aufnahme läuft! Viel zu leicht! Aufnahme läuft! Das ist halt noch das beste! Hey! Der eine fasziniert! Wille und der andere! Mach die Augen zu! Das kann nur noch einen guten Body-Check geben! Das war mit dem Flo die ganze Zeit reden! Mit dem Flo reden! Okay, los! Der lacht! Ich hab dich mal so an! Jungs! Hans, ich kann mich... Guck, ich kann mit denen nicht arbeiten, Hans! Auf, eins! Biu! Okay, schnell euch hin! Biu! Biu! Jungs! Los! Idiot! Du musst dich in die Mitte stellen! Ja! Jetzt läuft's einfach! Und jetzt hast du's versaut! was sie sinnvoll? KIRO! Ich rüber.. ist vielreiches kurzig! Äh- Okay, los. Ist egal, Murat. Ich hab kaum mehr Akku, Leute. So, dann sieht man dich gar nicht. Okay, macht jetzt. Los, ich hab kaum mehr Akku. Nein, man sieht ihn nett. Stell dich einfach. Flo, bleib da einfach stehen. Und jetzt los. Ich hab kaum mehr Akku. Ich hab das in Snowmode, ne? Ja, ja. Okay, das reicht.